Irgendwie... Irgendwie kannst du ihn verstehen. Ja. Naja. Kennst du das nicht? Ich meine... Das ist ja vielleicht auch ganz normal. Ja, klar. Und irgendwie hatte er Lust, dich zu ficken. Du, das kenne ich. Das kommt so aus der Mitte. Das ist so ein Impuls. Jetzt war mal nicht gleich so ein Film, ja? Ich fahre überhaupt keinen Film. Ach, du hast einen Knall. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dir? Was? Dass du immer... Du bist zu spät. Wie ist es damals mit Daniel passiert? Passt du es? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017